so liebe leute es ist wieder soweit wir spielen liga spieltag 8 extrem verzögert ich weiß das tut mir so so furchtbar leid überhaupt nicht ich habe da alles ein bisschen aufschieben müssen und es geht gegen einen guten repower einen der spieler die ich am wenigsten einschätzen kann und die mir ähnlich wie zieh und immer auf den sack geben in diesem scheiß spiel also versuche ich jetzt einfach das beste daraus zu machen ich bin auch schweinisch verschwitzt weil ich gerade aus dem fitnessstudio kommen und ich nehme an irgendwann wird mein freund die tür einfach zu machen und mich hier selber meinem gas überlassen aber bis dahin naja lakota gegen briten auf anatolien das matchup ist immerhin genauso von mir beabsichtigt und prediktet worden weil ich ein gott in diesem spiel bin falls ihr es noch nicht wisst du es jetzt wisst was zum er nimmt mich jetzt schon mit erstes männerhaus da rein alles klar ich will die siedler früge draußen haben okay nicht die siedler bauen vergessen im Ich wache, 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 wache. Ich spiele jetzt also ohne die gängigen Karten. Hmm. Aber eigentlich sieht es doch mal gar nicht so schlecht aus, auch vom Age ab. Ja, nimm den Schatz bitte, ansonsten weine ich. Das war fast, das ist nicht so nice, aber okay. Okay, dann kommen die vier Reiter als erstes. Und dahinter aber 700 Gold für Bowrider. Ja. 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 Hallo Das ist schon ein gut Warum ist das gut? Weil ich will eigentlich eh. 700 Wurz hinterher. Das ist down. Was geht da her bitte? Wo ist das wirklich? Wo ist das? Ich bin das. Das ist aus. Ich bin das. Ich bin das. Danke. Ich bin das. Ich bin das. Ich bin der englisch. Das war's für heute. . . , . . . . . . . . Das ist ein Schiff. auch Das war's für heute. kriegst du nicht kriegst du nicht da warst du zu langsam mein freund ich vergiss immer dass diese säcke ja eigentlich militäreinheiten sind viel antikaf die 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 Oh Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Das war eins zu eins. Leckt mich fett, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Aber da kommen jetzt mehrere Sachen zusammen. Ich habe mir die Map genau angeschaut. Der Viecherbonus war gut. Das Age Shop war bombig, dass ich normal ageen konnte, obwohl ich alles genommen habe. Ich glaube, ecotechnisch dürfte ich ihm auch nicht weit hinterher gewesen sein. GG well played auf jeden Fall an Repower. Briten ist einfach ein schwieriges Timing, weil du hast Einheiten, die extrem hart gekontert werden im Age 2. Wenn du zu lange im Age 2 bleibst und vor allem wenn du Age 2 pusht, das ist, glaube ich, das Fatalste, was du als Brite machen kannst. Du musst hinterher ageen und dann auch versuchen, mit Longbows und so dagegen zu halten. Aber ich hätte jetzt ja alles gehabt. Also Eco war da, Einheiten waren da. Als nächstes 8-Vills, um ecotechnisch richtig abzusagen. Und dann wäre es hier komplett raus gewesen. Aber schwitziges Spiel, unaufgewärmt für mich, außer Fitness. Aber bin ich, ja, Villager habe ich mir auch gar nicht gezogen. Aber er hat auch nicht so hart wegboomen können. Ich meine, jetzt zum Schluss auf 40 zu 27, okay. Aber Military Union Population sieht er eh. Also da habe ich kaum was verloren und er hat halt einen kassiert und kassiert und kassiert. Die Gewehrreiter sind einfach zu stark für sowas. Puff. Ja, damit erst mal Pause und gleich weiter ins nächste Spiel. So, zweites Game. Franzosen Mirror, auch das Predicted. Repower, auch schweinesympathisch, wollte ich jetzt an der Stelle nochmal sagen. Also der hat es mir total verziehen, dass ich ihn zuerst total bedrängt habe wegen Zeit und da und da müssen wir machen. Und dann war ich eine Viertelstunde zu spät, weil ich ein Fitness länger gebraucht habe und so. Weil ich einfach eine lahme Schnecke bin. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Franzosen Mirror, darauf habe ich mich viel mehr vorbereitet als aufs Anatolian Game. Aber es liegt auch daran, dass es so viel knapper ist und so viel enger ist und er viel öfter Franzosen spielt als ich. Also ich muss jetzt wirklich mich auf die Build Order von Steven verlassen, um das richtig abzusahnen. Ja, okay. 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 Ach, zufälle passieren. Okay. Was ist denn das für ein Herrling des Todes hier? Oh Gott. Er schießt mich bitte lieber einfach gleich. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Prêt. Schösser. Schösser. Ja. Schösser. Schösser. Ja. 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 Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Scheiße. Ist der schlechtere Schatz. Prêt. Der ist nicht. Und ich glaube, da hat er auch noch nicht gescoutet, weil ich ja beide seine Kundschaft und eigentlich alles habe ich da drüben gesehen. Und wer sich jetzt fragt, oh mein Gott, MFD? Nur zwei auf Holz? Das reicht. Trust me, bro. Ich hab's gemacht. Hoffentlich. Aber ja, was sage ich? Reicht perfekt. Oh Gott, ja. Es könnte ein 13-Soul-Agep sein, wenn der MFD das jetzt nicht vermackert. Aber let's have a look. Ich habe schon mal drei Punkte Vorsprung im Score. Das ist also eigentlich schon gelaufen, das Game. Es ist komplett over. GG well played. No way. Oh, scheiß Franzosen. Steven, warum habe ich das getan? Ja, na, das reicht. Das reicht auf jeden Fall für 13. Das reicht sogar für gute 13. Er ist noch voll und gut, das heißt, der Edge damit noch nicht. Ach, hast du den geholt? So ein Zufall. Ja, das war irgendwie logisch. Aber dann gehen wir nochmal nach hinten raus und holen uns den hier. Oh mein Gott, 100 Food. Wie habe ich den denn übersehen? Das war jetzt natürlich die Frage. Ich bin eigentlich der Maske tatsächlich. Also lass Maske den Start machen. Ja, das war irgendwie logisch. Ja, das war irgendwie logisch. Ja, das war irgendwie logisch. Chasseur, chasseur, bonjour, chasseur. Ja, das war irgendwie logisch. 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 Ja. ich muss auf jeden fall sehen dass er für ein erstes gebäude baut das ist gut das heißt ich habe viel mehr tempo als er sehr gut Ja, 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 ja. Ja, sehr schön. Der macht Native Start, wie geil. Also kann er gern machen, so ist es ja nicht. Aber dann geht es mir halt besser. Ich mal behaupte. Ja, wird. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin Ich bin Ich kann nicht mehr Ich werde 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 Ja, ich werde Büchon Bonjour Votre ordre Ramasseur Ja, Ramasseur Prät, correct Votre ordre Ich werde Ich werde Prät Oui Correct Chasseur Prät Votre ordre Chasseur Chasseur Bonjour Oui Maçon Chasseur Oui Très bien Oui Très bien Très bien Bonjour Très bien À l'attaque Je le ferai Oui Très bien Je le ferai Votre maçon Chasseur Oui Très bien Très bien Ja, ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.